...eendete die Reise in Anrichte, einem damals rund 3000 Einwohner zählenden Dorf am Stuhlstrang, zwischen den Bergen des Sauerlands und dem Tal der Lippe. Keine Hosse, Frau. Ja, sie ist natürlich sehr traurig, dass sie nicht dabei ist. Ja, hat sie keine Chance mehr, sie wollte doch kommen. Das Fotografiere, ich mich. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020